Willkommen beim dritten Teil des Themas Bildschirmobjekte in dieser Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Beim letzten Mal habe ich mich beschäftigt mit der Plastizität von Objekten, also eines räumlichen Absetzen der Plastizität. Wir haben von einigen Techniken gesprochen, die man machen sollte, die gut geeignet sind, wie zum Beispiel Schattenwurf und Reliefkanten und anderen, die man vermeiden sollte, vor allen Dingen die Teiltransparenzen. Und jetzt soll es noch mal darum gehen, wie man ein Objekt auszeichnet. War das jetzt nicht vorher auch schon eine Objektauszeichnung, wenn ich sage, dieses hier, das ist ein Button, der muss doch irgendwie sich abheben, vom Rest ist das nicht eine Auszeichnung? Ja, in gewisser Weise schon. Aber worum es mir jetzt geht, ist, dass man sagt, ich habe hier viele Buttons und unter denen muss ich eines herausstellen. Ich habe hier viele Icons und unter denen muss ich eines herausstellen. Und das ist ja etwas, was relativ oft vorkommt in den Nutzungsschnittstellen, dass ich zum Beispiel etwas markieren muss, was fehlerhaft ist. Oder dass ich etwas markieren muss, was selektiert ist, was ausgewählt ist. Und auch dafür brauche ich natürlich irgendwelche Techniken und Mittel. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Objektzustände, und das habe ich gerade schon jetzt angedeutet, müssen natürlich sichtbar sein. Denkt an die Differenzerfahrung zurück. Wenn die Objektzustände nicht sichtbar sind, dann kann ich auch nicht Differenzerfahrung bezüglich ihrer machen. Und da kann sogar ganz schreckliche Dinge passieren. Also wenn ich einen Objektzustand nicht sehe, kann es sein, dass meine Eingaben, meine Handlungen andere Folgen haben als die, die ich intendiere. Wenn ich zum Beispiel nicht wirklich merke, welche Objekte die gerade selektierten Objekte sind oder wo gerade das aktive Objekt ist. Wenn ich das nicht bemerke, dann kann ich Fehleingaben machen. Ich bin da so ein bisschen zurückgeworfen auf die Ebene, die wir bei dem Besprechen von interaktiven Nutzungsschnittstellen besprochen haben, dass ich, naja, irgendwie nie so richtig weiß, wie der interne Zustand ist. Und das sollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen sollten Objektzustände immer sichtbar gemacht werden können. Zumindest, wenn sie die Nutzung dann jetzt konkret betreffen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, das optisch zu tun, um also ausgewählte Objekte, inaktive Objekte, problematische Objekte oder sowas darzustellen. Eine Möglichkeit ist das Ausgrauen. Das ist vor allen Dingen bei Inaktivität sehr üblich. Es hat übrigens auch einen Vorteil, inaktive Objekte nicht auszublenden, sondern auszugrauen. Aber da sprechen wir später nochmal drüber, wenn wir darum gehen, dass wir eine stabile Umwelt immer gestalten sollten. Denkt mal an diese Hypothese mit der stabilen Umwelt. Ausgrauen lässt die Objekte ja da und ich habe immer noch eine Orientierung. Wenn ich sie einfach wegnehme, dann kann es zur Desorientierung kommen. Also ausgrauen ist eine Technik. Es gab früher die Technik des Inverse-Video. Das heißt, man hat vor allen Dingen bei Monochromdarstellungen hat man das gemacht, weiß und schwarz einfach vertauscht. Das heißt, wenn etwas selektiert war, hat man das, was vorher weiß war, dann schwarz gemacht und umgekehrt. Das funktioniert zum Beispiel sehr schön für so eine Textselektion. Das kann man sich gut vorstellen. Inverse-Video ist allerdings eine Technik, die eigentlich wirklich nur bei Monochromdarstellungen gut wirkt. Bei Graustufen ist es schon schwierig und bei Farbdarstellungen sieht das meistens ganz übel aus, weil dann natürlich Falschfarben im wahrsten Sinne des Wortes entstehen. Das ist keine schöne Darstellung. Was aber möglich ist, und das sehen wir hier in diesen Beispielen, ist Einfärben und Farbiges Hinterlegen. Wir sehen hier auf der linken Seite einen Ausschnitt aus dem Explorer von Windows XP und der Arbeitsplatz ist markiert. Und jetzt achten wir mal nicht auf die Textunterschreibung, sondern nur, wie das Icon eigentlich ausgezeichnet ist. Also wie unterscheidet sich das Icon von anderen Icons und von dem gleichen Icon in nicht selektierter Fassung. Und man hat hier das Einfärben gewählt. Das Icon selber hat so einen blauen Tern gekriegt. Das heißt, jede Farbe des Icons wurde verändert. Und auf der rechten Seite sehen wir das gleiche aus Windows 7. Und gut, das Icon hat mittlerweile einen anderen Namen gekriegt bei Windows 7. Aber wenn man das markiert, das Icon selber ändert sich jetzt hier nicht. Hier wurde die Technik des Hinterlegens benutzt, um eine solche Auszeichnung zu machen. Natürlich ist auch auf beiden Seiten jeweils auch der entsprechende Text mit ausgezeichnet worden. Aber über Textauszeichnung sprechen wir sowieso ganz explizit nochmal in der nächsten Woche, wenn es um Textgestaltung geht. Jetzt guckt euch die Beispiele mal an, diese beiden, und sagt mir mal, welche dieser beiden besser ist. Also welche Variante die bessere ist. Macht ruhig auch nochmal kurz Pause und überlegt mal einmal. Ja, was ist besser? Die Windows 7 Variante ist die bessere Variante. Warum? Naja, sie ist nicht davon abhängig, wie das Icon selbst gestaltet ist. Wenn ihr auf der linken Seite bei Windows XP ein Icon habt, was schon bläulich ist, dann könnt ihr es schlecht blau einfärben, zum Beispiel. Oder ihr habt ein Icon, das läuft dann auf das gleiche sogar hinaus an dieser Stelle, was in seinem nicht eingefärbten Zustand schon so aussieht wie andere Icons im eingefärbten Zustand. Das ist nicht erstrebenswert. Da werden wir auch bei der Icon-Gestaltung nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber das kann natürlich passieren. Weil auch nicht alle Icons euch unter Kontrolle, unter eurer Kontrolle sind. Zumindest nicht unbedingt. Das kann vom Nutzer abhängen, was da für Icons zu sehen sind. Ja, und auf der rechten Seite, durch das Hinterlegen, die Technik ist neutraler dafür. Das Icon selber braucht gar nicht verändert zu werden. Man braucht sich also keine Gedanken dazu zu machen, ob eine Veränderung des Icons sinnvoll möglich ist oder ob ein Icon schon sowieso verändert aussieht. Man kann einfach eine solche Hinterlegung machen. Das ist die bessere Variante, um Objektzustände auszuzeichnen. Es gibt natürlich eine besondere Auszeichnungsart in Signalfarben. Wann macht man eine Auszeichnung in Signalfarben? Also rot ist natürlich die Signalfarbe schlechthin. Wann macht man eine Auszeichnung in rot? Man sollte sie dann machen, wenn man die Aufmerksamkeit stark lenken möchte. Das passt zu unserer Forderung nach Attentionalität. Man könnte auf Deutsch sagen nach Aufmerksamkeitsleitung. Also Attentionalität bedeutet, durch die gezielte Verwendung optischer und akustischer Reize auf Objekteigenschaften oder andere Änderungen des Systemzustandes hinzuweisen. Das kann man machen, zum Beispiel, indem man solche Zeichen verwendet wie da und die dann auch tatsächlich in extremem Rot zu machen, um darauf hinzuweisen. Das ist aber etwas, was man mit Bedacht machen soll und gerade der Einsatz von Signalfarben wird häufig falsch gemacht. Und zwar richtig falsch. Nicht ein bisschen falsch, sondern total falsch. Und das schaut euch mal auf diesem Beispiel hier an. Ihr seht hier einen Firefox. Und zwar ein Firefox eines etwas älteren Datums unter Windows 7. Also auch etwas älteres Windows, aber jetzt auch nicht wahnsinnig alt. Und wir sehen hier zwei Probleme in der Farbgestaltung. Zum einen ist das dieser Button links, der Firefox betitelt ist, der ist überdurchschnittlich auffällig. Der springt einen richtig an. Lassen wir ihn beiseite momentan. Das ist auf jeden Fall auch eine schlechte Auszeichnung. Das ist nämlich eine Überauszeichnung. Aber, worauf ich vor allen Dingen hinaus will, ist rechts in dem Fenster. Rechts im Fenster seht ihr ein rotes X. Und das ist ja die Standarddarstellung in Windows XP gewesen und auch in Windows 7 gewesen. Das X zum Schließen des Fensters ist rot. Warum ist das X zum Schließen des Fensters rot? Es soll wahrscheinlich davor warnen, da versehentlich drauf zu drücken. Also Vorsicht. Vorsicht. Rot für Vorsicht. Das ergibt aber an dieser Stelle gar keinen Sinn. Es ergibt Sinn, Vorsichtsschilder rot zu machen, damit man sicher sein kann, dass die gelesen werden. Es ergibt auch Sinn, zum Beispiel ein Notaus an einem Gerät rot zu machen, damit man das Notaus auf jeden Fall findet und nicht erst im Raum durchsuchen muss, wo ist denn das Notaus. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, etwas rot zu machen, damit man Vorsicht waltet es zu benutzen. Das ist sogar kontraproduktiv. Wenn ich das rot mache, dann fällt es mir ja sogar immer besonders auf. Das heißt, ich möchte offensichtlich ja eigentlich nicht die Aufmerksamkeit ständig darauf leiten. Ich möchte doch nicht, dass die Aufmerksamkeit beim Benutzen eines Fensters immer dort liegt, wie man das Fenster schließt. Es sei denn, ich müsste aus irgendeinem Grunde Fenster immer ganz schnell schließen können. Nur dann wird das Sinn ergeben. Und auch dafür haben wir eine Forderung für unseren Katalog von Forderungen, den wir am Ende hierfür nochmal zusammenfassen werden. Und diese Forderung heißt Ablenkungsfreiheit. Ablenkungsfreiheit bedeutet, Gestaltungsvarianten zu vermeiden, die das Potenzial haben, von der Tätigkeit, für die die Software genutzt wird, abzulenken. Und das ist hier der Fall. Jetzt haben wir irgendwie einen Konflikt, oder? Haben wir keinen Konflikt? Wir haben hier Ablenkungsfreiheit, wir sollen also nicht auffällig gestalten. Und eben haben wir gesagt, Attentionalität, wir verwenden optische und akustische Reize eben um aufwendig zu gestalten. Da könnte man meinen, da liegt ein Konflikt vor, aber an dieser Stelle liegt tatsächlich gar kein Konflikt vor, denn es ist ein ganz anderer Zweck da. Wenn ich die Aufmerksamkeit leiten muss, weil es notwendig ist, dass jemand an eine bestimmte Stelle guckt oder sich über die Schwierigkeit der Situation klar wird, dann ergibt Rot Sinn, dann ergibt eine solche Signalfarbe generell Sinn und dann ist Attentionalität sinnvoll anzuwenden. Wenn ich das aber nicht muss, dann ist die gleiche Signalfarbe jetzt auf einmal ablenkend. Und ich kann mir wenig Situationen vorstellen, in der beides zu rechtfertigen ist, in der beides gleichzeitig gegeben ist. Das heißt, eigentlich muss ich entweder die Attentionalität anwenden, muss also Aufmerksamkeit leiten, oder ich muss die Ablenkungsfreiheit gewährleisten. Wo man vielleicht so einen Konflikt sehen kann, ist der zwischen der Unterscheidbarkeit und der Ablenkungsfreiheit. Denn ich muss ja Unterscheidbarkeit gewährleisten, dass sich Objekte hinreichend gut voneinander unterscheiden und ich überhaupt weiß, das eine steht für das, das andere steht für das, das eine macht dies, das andere macht das. Und dabei kann es schnell passieren, dass ich Objekte erzeuge, die ablenkend werden. Und das sieht man hier an dem Firefox-Button, da ist genau das passiert. Da hat man sich gedacht, ja, dieser Button oder dieses Menü, was hier rauskommt, das muss natürlich sichtbar sein. Das kann nicht sein, dass ich das irgendwo im User-Interface erst suchen muss und dann wir machen es auch noch besonders farbig. Dabei ist man über das Ziel hinausgegangen und hat es so auffällig gemacht, dass die Ablenkungsfreiheit nicht mehr erfüllt wird. Und da kann man jetzt tatsächlich sagen, Unterscheidbarkeit und Ablenkungsfreiheit, die stehen in Konflikt zueinander und diesen Konflikt, den muss man austarieren. Und das ist an anderen Stellen natürlich auch viel besser passiert. Über genau diesen Konflikt reden wir in zwei Wochen sehr intensiv. in der Eigengestaltung, denn da tritt das Problem quasi ständig auf. Wo haben wir das Problem mit den falschen Signalfarben noch? Wir haben es zum Beispiel bei der Sparkasse, denn die Sparkasse hat sich einmal zum Ziel gesetzt, die Sparkasse hat sich als Signalfarbe rot gesucht, um ihre Sparkassen-Logos rot zu machen, den Sparkassen-Schriftzug rot zu machen und dann ist man bei der Sparkasse irgendwann mal dazu übergegangen, hat man eigentlich alles rot. Also wenn man Sparkassenkunde ist, kennt man das. Man kriegt rote Ordner, man kriegt rote Mappen, Sparkassen-Sparbücher sind rot, bei Sparkasse ist alles rot, 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 rot. Das hat natürlich den Nachteil, dass man ständig, auch zum Beispiel hier im Online-Banking, so eine Situation vorfindet, in der irgendwelche Objekte ausgezeichnet zu sein scheinen, eine Warnhinweis geben zu wollen und das ist natürlich ein Problem. Noch schlimmer ist das Problem, dass die Sparkasse natürlich überhaupt gar keine Möglichkeit hat, rot mal irgendwie tatsächlich für diesen Zweck einzusetzen, denn es ist ja schon alles rot. Wie soll ich denn hier noch irgendwas rot markieren? Eigentlich müsste ich mich ja freuen, wenn mein Kontostand im Minus ist, dann ist der nämlich auch rot. Das ist natürlich problematisch. Man wird nicht dagegen ankommen, vor allen Dingen nicht hier bei der Sparkasse, denn das ist nun mal gesetzt, aber es ist von der Ergonomie her unmöglich, diese Verwendung der Farbe Rot an dieser Stelle. Und unten rechts haben wir nochmal die ganz klassische Variante, nämlich ein rotes Schild zu nehmen oder rotes Icon in diesem Fall, was einem Verkehrsschild entspricht an dieser Stelle, um eine gefährliche Funktionalität auszuzeichnen. Das wurde genau hier gemacht. Das ist aus phpMyAdmin, das ist ja eine Software zum Verwalten von MySQL-Datenbanken oder auch anderen SQL-basierten Datenbanken in php und die Darstellung ist schon ein bisschen älter, heute werden da andere Icons verwendet, aber hier hat man für das Droppen einer Tabelle, also für das Löschen einer Tabelle dieses Icon gewählt. Und auch da ist es nicht sinnvoll, denn die Aufmerksamkeit liegt jetzt viel stärker auf dem Drop als auf allem anderen. Warum sollte das so sein? Weil Drop macht man doch ganz selten. Viel sinnvoller wäre es, dieses Drop relativ unauffällig zu gestalten und dann eine Nachfrage zu machen, wenn man auf Drop klickt und diese Nachfrage, die kann gerne auch komplett in Rot sein oder zumindest starke rote Elemente enthalten, weil dann kann die Aufmerksamkeit gelenkt werden, oh, hier ist aber etwas anders als sonst. Das wäre eine sinnvolle Gestaltung an dieser Stelle, nicht die Verwendung eines roten Icons für das gefährliche Element. Und das Bild als Ganzes ist auch nicht besonders sinnvoll, denn das ist ja dieses Durchfahrtverboten Schild, wenn man das mal als Metapher zumindest hier nimmt, verboten da drauf zu drücken, ist es ja auch nicht. Also die Eigenwahl lässt an dieser Stelle zu wünschen übrig. Wichtig zu beachten bei der Gestaltung von der Auszeichnung ist natürlich immer, dass ich Objekte im Zusammenhang betrachten muss. Ich kann ja nicht sagen, ich möchte dieses Objekt anders gestalten als das andere, wenn ich nur ein Objekt betrachte. Und ich kann auch nicht sagen, ich möchte dafür sorgen, dass dieses Objekt sich von den anderen nicht zu stark unterscheidet, weil ich eben nicht möchte, dass es versehentlich ausgezeichnet wird, dass es versehentlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn ich nur ein Objekt betrachte. In diesen Fällen muss ich also immer ein Objekt Ensemble betrachten. Das gilt eigentlich für alles, was wir in der Zukunft noch besprechen werden. Es geht in der nächsten Woche um Textgestaltung und bei Textgestaltung kann ich auch nicht einzelne Buchstaben betrachten, eigentlich auch nicht mal einzelne Worte oder Sätze, sondern muss wenn ich Icons gestalte, kann ich auch nicht nur das einzelne Icon gestalten und nehme dann hinterher ganz viele ganz verschiedene jeweils einzeln gestaltete Icons, sondern muss auch immer die Icon Ensembles betrachten. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, eine sehr wichtige Notwendigkeit. Abschließend haben wir uns noch mal mit dem Thema Farbgestaltung zu beschäftigen, denn naja, ihr habt es ja gemerkt, was haben wir hier machen müssen? Wir haben ausgezeichnet und das haben wir durch Farbe getan. Wir haben Plastizität erzeugt und da haben wir verschiedene Sättigungen verwendet oder verschiedene Helligkeiten verwendet. Also auch bei den Reliefkanten muss ich ja die Helligkeit der Fläche des Buttons oder was immer ich mit diesen Reliefkanten versehen möchte, naja, die muss ich heller und dunkler machen können. Da kommt uns jetzt sehr zugute, dass wir uns in der letzten Woche intensiv mit den Farbmodellen beschäftigt haben. Es gibt aber noch ein paar wichtige Hinweise bei der Farbgestaltung, die ich euch letzte Woche noch nicht erzählt habe, denn wir waren ja noch nicht so richtig bei der Gestaltung. Aber jetzt sind wir bei der Gestaltung und haben schon Forderungen erfahren, die unter einen Hut zu bringen sind und die stehen sich teilweise entgegen. Was kann ich machen mit Farben? Ich kann mit Farben dafür sorgen, dass es eine Erkennbarkeit gibt, dass es einen hinreichend großen Kontrast gibt. Ich kann mit der Farbgestaltung für Attentionalität sorgen, das hatten wir gerade eben erst, und für Unterscheidbarkeit natürlich auch. Das sind genau die Techniken, die wir vorher besprochen haben. Aber gleichzeitig möchte ich, dass ich keine zu starke Aufmerksamkeitslenkung habe, die nicht sinnvoll ist. Also ich möchte gleichzeitig die Ablenkungsfreiheit gewährleisten. Wie kriege ich das unter einen Hut? Das ist schwierig. Also es gibt Situationen, da ist Ablenkungsfreiheit dann unwichtig, da brauche ich es nicht unter einen Hut zu kriegen. Das waren gerade zum Beispiel die Gefahrensituationen oder Problemsituationen. Aber häufig muss ich das unter einen Hut bekommen. Was heißt das? Ich muss es hinkriegen, dass eine Farbgestaltung Objekte so unterscheidbar macht, dass ein ausgezeichnetes Objekt hervorsticht oder ein entsprechend plastisches Objekt, also anderes Objekt als die anderen, dass das so sehr hervorsticht, dass man das sieht. Gleichzeitig darf das aber nicht zu stark ablenken. Das kann man zusammenfassen in eine Grundregel, die wir farblich aber nicht bunt nennen. Grundsätzlich kann man sagen, man kann ganz viel an Farbabstufungen schon dadurch hinkriegen, dass man sagt, ich nehme mal nur Sättigungs- ich nehme mal nur Sättigungs- und Helligkeitsabstufungen. Das funktioniert meistens schon ganz gut. Manchmal will man aber auch verschiedene Farbtöne haben, sei es aus Bedeutungsgründen oder aber auch aus ästhetischen Gründen, das kann ja auch möglich sein. Und da gilt dann auch die Regel, farblich aber nicht bunt, also nicht zu sehr in den breiten Farbtopf zu greifen. Und das kann man überführen in eine Forderung, die wir Farbwinkel klein halten nennen. Was ist der Farbwinkel? Den Farbwinkel sehen wir hier an der Seite, nämlich der Winkel zwischen zwei Farben im Farbkreis. Das heißt also, ich nehme zum Beispiel ein Rot und ich nehme ein Blau und dann kann ich zwischen Rot und Blau den Winkel ausrechnen, das wären 120 Grad. Das ist ein sehr großer Farbwinkel, Rot und Blau. Das sollte man natürlich vermeiden. So große Farbwinkel sorgen immer dafür, dass ich große Farbunterschiede habe, logischerweise, und dann setzt sich immer das eine vom anderen stark ab. Ich habe keine Gestaltung mehr, die wirklich Ton in Ton liegen. Farbwinkel klein halten bedeutet, ich sollte diesen Winkel möglichst klein wählen. Umgekehrt heißt es, wenn ich die Aufmerksamkeitsleitung haben will, dann kann es notwendig sein, einen Farbwinkel zu wählen, der möglichst weit auseinander liegt. Oder wenn ich Farbe zur Kodierung verwenden möchte, wenn ich also sagen möchte, diese einen Objekte sind dieser Art und die anderen Objekte sind der anderen Art, dann kann es von Nachteil sein, einen zu schmalen Farbwinkel zu nehmen, denn dann könnte es sein, dass man das gar nicht mehr so richtig gut unterscheiden kann. Wir wollen das mal jetzt auf eine ganz praktische Ebene überführen und wir basteln uns mal eine Farbpalette. Wie fangen wir denn eigentlich an? Wir suchen uns als erstes in der Farbpalette einen Grundton. Das kann irgendein beliebiger Grundton sein. Ich habe eine gewisse Tendenz zu Blautönen, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, die Uni offensichtlich auch mit ihrem Blau. Also wir suchen uns einen Grundton und von diesem Grundton haben wir erstmal alle Helligkeits- und Sättigungsabstufungen zur Verfügung. Das ist erstmal unsere Palette. Die ist erstmal schon mal sehr, sehr groß. Natürlich ist sie unendlich groß, weil das natürlich ein Kontinuum ist, aber sagen wir mal überhaupt haben wir viele Möglichkeiten. Das können wir gleich noch ein bisschen einschränken und werden das auch einschränken. Zunächst aber mal die Erkenntnis, dass zu diesem Spektrum die Farben Schwarz und Weiß immer dazugehören. Logischerweise, weil ich kann ja einfach die Sättigung auf Null setzen und dann habe ich Schwarz und Weiß über die Helligkeitsregler da drin und auch alle Grautöne stehen mir eigentlich in dieser Variante schon immer zur Verfügung. Das heißt, ich habe schon Schwarz, Weiß, Grau und eine Farbe vielleicht zur Auszeichnung. Das ist schon mal gar nicht so schlecht und ich habe nur einen einzigen Farbton verwendet. Was mache ich jetzt? Ich entferne Farben mit voller Sättigung oder mit hoher Sättigung. Im HSB-Farbmodell kann man sagen, ich nehme einfach mal keine Sättigung über 50%. Wenn ich das mache, dann habe ich meine Farben schon sehr gedeckt. Guck mal, dann kommen solche Farben daraus wie die, die ich hier habe. Schwarz und Weiß ist natürlich immer noch drin und es sind auch alle Grautöne da drin. Lediglich bei der Farbe selber sind wir zu so einer Gedecktheit übergegangen durch diese Regelung. Jetzt ist die Frage, brauchen wir eine weitere Farbe? Brauchen wir irgendwie eine weitere Farbe, um eine Andersartigkeit auszudrücken oder vielleicht auch aus ästhetischen Gründen? wollen wir einfach eine weitere Farbe verwenden? Ja, dann machen wir das doch, aber sagen wir, wir nehmen keinen Farbwinkel größer als 45 Grad. Das heißt, der Hue-Wert darf sich nicht um mehr als 45 unterscheiden von dem, den ich mir als meinen Grundfarbton ausgesucht habe. Das könnten dann zum Beispiel diese beiden Farben sein. Für die würde das entsprechend zutreffen. Brauche ich jetzt noch mehr Farben? Vielleicht brauche ich noch ein paar mehr Farben? Brauche ich vielleicht irgendetwas zur wirklich Auszeichnung? Brauche ich was, um ein Problem darzustellen? Ja, dann muss ich eine weitere Farbe hinzunehmen und die könnte auch zum Beispiel eine ganz andere Farbe sein. Aber wenn ich das mache, dann sollte ich auf jeden Fall wissen, was ich tue. Das heißt, nur im Sonderfall einsetzen und wenn ausgezeichnet als rot und sind auch als rote Auszeichnung gut zu erkennen, gar kein Problem, aber sie sind nicht so ablenkend, als wenn ich zum Beispiel diesen kompletten Textblock irgendwie eingezeichnet hätte. Gut, jetzt könnte ich natürlich auf den Gedanken kommen, ich möchte eine Farbcodierung haben, ich möchte Objekte farblich darstellen. Stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr wollt euren Stundenplan machen, und also für die Uni, wann ihr wohin geht und wollt darin dann vielleicht die unterschiedlichen Fächer unterschiedlich farblich darstellen. Das ist natürlich schwierig, wenn ihr euch so eine Farbvariante wählt, wie ihr sie hier habt. Das ist hier eher was für den Rahmen der Anwendung. Da kann man sagen, da kommen wir mit diesen Farben gut hin. Wenn wir jetzt inhaltliche Farbcodierung machen wollen, was machen wir ganz schrecklich bunt, ganz schrecklich ablenkende Software gestalten. Das sollten wir tatsächlich vermeiden. Wir können das vermeiden, indem wir uns auf Pastelltöne beziehen, also wenn wir Hintergründe einfärben, solche leichten Töne verwenden, wie ihr sie hier seht, also so helle und ungesättigte Töne. Also wir nehmen im HSB-Modell ein B größer als 65, damit haben wir solche Töne und die kann man ruhig auch gleichzeitig verwenden, die sind hinreichend unterscheidbar, aber sie lenken nicht so stark ab, weil sie nicht so knallend sind und so auffällig sind. Oder wenn wir das für den Vordergrund machen wollen, dann nehmen wir B kleiner 30, aber ihr seht da schon unten bei der Beschreibung dunkle Töne für den Vordergrund, dass man die Farben nicht besonders gut unterscheiden kann. Und das ist ein Problem bei der Textauszeichnung durch Farbe, zu dem wir im nächsten Video kommen werden. Für heute war es das erstmal, ich zeige euch jetzt gleich nochmal einmal die Übersicht, wo die Forderungen drin sind, möchte euch aber noch auf ein Zusatzvideo hinweisen, denn in dieser Woche sind wir nicht auf die 180 Minuten gekommen an Vorlesungszeit, also an Videozeit. Wir haben also noch ein bisschen Platz, wir könnten uns also noch ein bisschen was angucken. Und jetzt haben wir ja hier gerade was gehört über Farbpaletten und Farbwinkel und auch in der letzten Woche hatten wir das Thema ja schon, dass diese Farbmodelle angesprochen wurden. Ja, und jetzt haben wir die Notwendigkeit dann doch häufiger mal Farben suchen zu müssen. Deswegen würde ich euch empfehlen, guckt euch das Zusatzvideo noch an, was ich hier noch mit unterbringe, wo es genau darum geht, diese Farbmodelle und die Möglichkeit Farben zu suchen und Farben zu finden, noch mal ein bisschen auszuprobieren an einem Farbexplorator, den ihr im Netz findet, den ich mal vor einiger Zeit programmiert habe und jetzt etwas aktualisiert habe. Und schaut euch das auf jeden Fall noch mit zusätzlich an. Für dieses Thema können wir jetzt sagen, sind wir erstmal an dieser Stelle fertig. Beim nächsten Mal geht es um die Typografie und wenn ich euch das hier gerade noch mal zeige, dann seht ihr, wir haben schon eine ganze Menge an Forderungen jetzt in dieser einen Woche hier beim Thema Aussehen aufgestellt, nämlich die Erkennbarkeit, dass sich Objekte überhaupt erkennen kann, dass sich sie vom Hintergrund unterscheiden kann, die Einfachheit, dass Objekte nicht komplexer sind, als sie sein müssten, denn das ist Aufwand, sondern dass sie Objekte unterscheidbar sein müssen, dass sich zwei Objekte voneinander unterscheiden können, wenn sie nicht das gleiche darstellen, das gilt schon zum Beispiel für die Buttons, aber auch für die Auszeichnung von Objekten, wenn man sagen will, hier habe ich einen Zustand und das muss unterscheidbar sein, die Ablenkungsfreiheit ist ganz wichtig, dass Objekte ich nicht so gestalte, dass sie die Aufmerksamkeit völlig über die Maßen auf sich ziehen und ablenken, die Wiedererkennbarkeit haben wir kurz angesprochen, bei den Reliefkanten, wo also ein Button auf eine Art und Weise gestaltet wurde, die einer vorhandenen, vertrauten Wahrnehmungssituation ähnelt und wo die Darstellung dadurch einen daran erinnern kann, wofür das steht. Dazu werden wir sehr intensiv bei der Eigengestaltung nochmal kommen und dann haben wir auf der rechten Seite ganz rechts bei Prozesse noch die Attentionalität, die besprechen wir da intensiver, deswegen steht die da an dieser Stelle, also die Möglichkeit hier zum Beispiel durch Farbgestaltung, man könnte es natürlich auch durch andere Dinge tun wie Blinken, aber da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, die Aufmerksamkeit absichtlich zu ziehen auf eine bestimmte Stelle am Bildschirm zum Beispiel oder die Aufmerksamkeit auf eine besondere Situation zu lenken. All diese Forderungen haben wir aufgestellt und die stehen teilweise schon in Konflikt zueinander, ich habe das heute schon ein bisschen angedeutet und vor allen Dingen in zwei Wochen bei der Eigengestaltung werden uns die Designkonflikte sehr stark begegnen. Sie treten aber immer auf, auch beim nächsten Mal auch in der Textgestaltung, in der Typografie treten die auf. Diese Forderungen, die hier draufstehen, sind die, die uns jetzt auch in der nächsten und übernächsten Woche begleiten werden. Das heißt, ich stelle erstmal keine neuen auf. Für Typografie und Eigengestaltung gibt es keine weiteren Forderungen, sondern es sind immer wieder diese, die wir immer wieder auf ein neues Feld anwenden müssen. Erst wenn es um die Anordnung geht, dann gibt es neue Forderungen, aber das dauert auch noch ein bisschen. Für heute soll es das gewesen sein. Denkt an dieses Zusatzvideo, was ich hier noch bereitstelle und guckt euch das noch an. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche.